Moin moin und willkommen bei SimSantino. Ja, wir sind bei Folge 9 von unserem Let's Play. Folge 9 ist schon ganz schön viel, ne, würde ich mal sagen. Und wir sind jetzt hier zu Besuch bei irgendwelchen Leuten. Und ja, wir müssen mal gucken, dass wir heute ein bisschen mehr schaffen, ne. Wir haben aber am letzten Mal nicht sonderlich viel geschafft. Ich denke, dass wir heute mal klettern gehen können, ne. Und dazu würde ich nochmal kurz in die Lektionen gehen. Das könnt ihr ja auch mal kurz gucken. Ich mach das extra jetzt nochmal, um das mit euch einmal kurz durchzugehen. Hier kann man nämlich gucken. Nun wird es Zeit, ja, 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 genau, Kletterfähigkeit verbessern oder, ja, ja, ja. Die niedrige Steinwand für Anfänger befindet sich in der Nachbarschaft Yukimatsu am Fuße des Überhangs. Okay, dann müssen wir zu Yukimatsu. Kann sein, dass wir hier sogar schon sind. Ich weiß nicht. Hier steht das Familienhaus. Das Let's Play kennt ihr hoffentlich. Müsstet ihr eigentlich kennen hier in der Region Wakaba. Ja, das sind alles japanische Sachen. Vielleicht ziehen wir da irgendwann mal ein, wenn sich die WG trennt und die zu dritt jetzt nicht mehr sind, sondern jeder eine eigene Familie macht. Das ist geplant, ja. Oder müssen wir da hin? Wir könnten einfach mal hier hin reisen. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier besser aufgehoben ist, ja. Genau, Promi-Bekanntschaft haben wir auch schon gemacht. So, ja, bald reisen wir auch wieder nach Hause. Ich möchte nicht so ewig hier bleiben, denn ich möchte noch gerne ein bisschen Nachhaltig-Leben-Sachen anschauen. Genau, Nachhaltig-Leben wäre noch dran. Was hat er? In Stich, wegen gegenüber jemanden in der Nähe. Aha. Ähm, genau. Nachhaltig-Leben wollte ich noch ein bisschen erkunden, sage ich jetzt mal. Und auch Schick mit Strick wäre noch auf meinem Plan. Das ist noch dran. Also Schick mit Strick ist auf jeden Fall noch dran. Da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Aber wir müssen jetzt mal gucken, wo man hier klettern kann, ne? Irgendwie finde ich hier gar keine Klettermöglichkeiten. Wo kann man hier klettern? Hm. Es stand ja, dass man hier irgendwo wandern gehen kann. Aber wo? Stand hier nirgends. Oder? Also da? Kann man hier irgendwas machen? Hm. Also ja, sorry jetzt, dass ich hier gerade so verwirrt rumklicke und scheitere, vor allen Dingen auch. Aber ich habe keine Ahnung, wie es gehen soll. Was war da? Foto machen? Nee, wir wollen keine Fotos. Irgendwann stand da doch von Hang. Ist hier... Gilt das hier als Hang? Nee, das ist ja kein Hang, ne? Ah, Kletterwandbedingungen prüfen. Mhm. Was macht der hier? Das ist doch unser Tier. Oh. Warte mal. Hä? Was macht unser Hund hier? Egal. Genau. Er kann jetzt mal... Oh. Die Kletterwand... Oh. Mach mal schneller. Die Kletterwandbedingungen prüfen. So, wir lassen das mal schneller machen. Ah ja. Die kommen auch hinterher. Oder wie? Ja. Ah, dann ist er hier hochgefahren. Ach, da wäre ich ja nie in meinem Leben drauf gekommen, dass das eine Kletterwand ist, oder? Wärt ihr das? Wenn man es weiß, ja. Ja, die Abstimmung wurde eröffnet. Schön. Das kostet Geld? Nee. Ach so, das war wahrscheinlich wegen... Deine Kletter... Um hier zu klettern. Wie kann man... Ach so, deswegen. Ah, wir müssen erst die Fähigkeiten trainieren. Okay, dann gehen wir wieder nach Hause. Ist das hier nicht unser Haus? Ähm, dann fahren wir wieder nach Hause. Dann müssen wir ein paar Kletterbücher lesen. Also Fähigkeitenbücher überklettern. So, müssen wir es da sagen. Und dann können wir auch richtig loslegen. Ich glaube, ich muss cheaten, weil ich hier, glaube ich, kein Bücherregal habe. Was natürlich erstmal mies ist. Urlaub abbrechen möchte ich auch nicht. Deswegen, ich würde schon gerne noch hier ein bisschen bleiben. Oder wir gehen doch wieder nach Hause. Ja, ich glaube, wir gehen wieder nach Hause erstmal, oder? Ja, war schade, weil es schön ist. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder, wenn wir wieder klettern wollen. Aber ich habe hier jetzt auch kein Bücherregal. Nee, wir können jetzt gar nicht weitermachen. Nee. Ähm, wir beenden den Urlaub. Ja, äh, schade eigentlich. Hat Spaß gemacht. Aber, ja, das möchte ich gerne. So, ja, ist schade. Ich weiß, ist sehr schade. Aber irgendwie sind wir jetzt schon über ein paar Folgen hier und haben noch nicht so richtig was gemacht. Ich werde hier erst wieder herkommen, wenn wir wirklich ein festes Ziel haben, was wir machen wollen, ne? So, wie geht's den Tieren? Irgendwie geht's denen, glaube ich, nicht so gut. Wisch hier erstmal auf. Oh Gott. Wie haben wir das Haus bloß hier hinterlassen? Der Tier-Sitter ist während des Urlaubs gut. Oh, ja. Ich hoffe, der Urlaub war schön. Ja, der war eigentlich ganz schön. Aber irgendwie nicht so, wie wir wollten, ne? So. Genau. Wir wollten jetzt lesen. Wo können wir lesen? Also, klar, ich weiß, wo wir lesen können. An einem Bücherregal. Aber wo haben wir ein Bücherregal? Da haben wir ein Bücherregal. Dann Bücher kaufen. Stimmt, dann könnten wir mal allgemein die neuen Fähigkeitenbücher kaufen, ne? Angeln, Backen, Blumenbinden. Ja, das können wir alles uns nochmal holen. Wird alles nochmal relevant. Ja, keine Sorge. Wird alles nochmal relevant. Aber aktuell Skifahren. Ja, kauf mal Skifahrenbücher. Wir kaufen mal von allen unseren Sachen, die wir machen wollen. Snowboarden, genau. Ja, wir kaufen einfach mal die Bücher. Stricken möchte ich auch unbedingt machen. Das passt so gut zu Winter, ne? Das ist es. Und was mit Klettern. Dann war ich wohl mal wieder blind. Das kommt vor. Ja, also, das wäre nicht das erste Mal, dass ich was übersehe. Aber da bin ich ja auch nicht so der einzige YouTuber, der ab und an mal was übersieht. Hier, haben wir noch was. Genau. Ja, 1800 Euro. Also, Simoleons erstmal ausgegeben. Ich würde sagen, da wir jetzt wieder hier sind, können wir einfach mal wieder cheaten, ja? Einmal glücklich machen. Wir sind jetzt wieder hier. Eigentlich müssten alle voll happy sein. Yay, Urlaub ist zu Ende. Aber was heißt, man ist nicht happy, wenn Urlaub zu Ende ist, ne? Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, ne? Eigentlich müssten sich alle jetzt freuen und noch glücklich sein vom Urlaub. Ich sehe gar keine Emotionen davon, oder? Nö. Juckt die nicht. Gut. Er ist unser Snowboarder. Muss er auch wieder zur Arbeit? Ne, er hat noch, glaube ich, Schonfrist, oder? Ne, hat er gar nicht. Oh, scheiße. Jetzt gehen die alle zur Arbeit. Nicht zur Arbeit gehen? Nein. Stopp. Genau. Er ist am Arbeiten. Sie hoffentlich auch. Wo ist sie? Oh nein. Ein Bug. Ein Bug. Wo ist sie? Wir haben sie verloren. Ne, sie kommt wieder. Das ist ein Bug. Wahrscheinlich kriegen wir noch nicht mal Geld. Jingle schreiben. Oh, das habe ich ihr nie befohlen. Ach, das ist ja cool, dass sie das macht. Selbstständig. Ne, sorry. Und zwar, sie ist auch nicht mehr Promi, oder? Sie hat ihr, oh Gott, sie hat ihr Promi-Level komplett verloren. Okay, welche Fähigkeit hat sie gemacht? Ne, sie hat sich gar nicht mit eingemischt. Doch, Skifahren-Level 3. Dann kann sie einfach mal weiter Skifahren lesen, würde ich sagen, oder? Dann bietet sich das ja an, dass sie Skifahren lernt. Skifahren-Level 1, also Buch 1, besser gesagt. Dann lese das mal ein bisschen. Guck, hat sie direkt hier ihr Dings entdeckt. Aber ich glaube, man levelt auch nicht besonders schnell da, oder? Ne, vergiss es. Silvester ist morgen. Ach, wie cool. Und dann geht's... Stimmt, dann sind wir auch durch erst mal wieder hier. Das ist dann auch der letzte Tag im Winter, fällt mir gerade ein. Wahnsinn. Wir sind eine ganze Jahreszeit hier schon im Let's Play. Also, das ist was ganz Besonderes. Also, ich hab ja schon öfter mal Sims-Let's Plays gemacht, aber eine ganze Jahreszeit schon. Das ist schon mal was. So, du kannst doch mal ein bisschen YouTube machen. Dafür hast du doch hier das Ding. Sie ist wieder da. Och, Rettung, Rettung. Ich hab schon Angst gehabt. Sie ist jetzt weg. Ja, komm. Zack. Einmal zur Arbeit. Ihr müsst ja Geld verdienen, ne? Fleißig. Ja, mir geht's gar nicht mehr so um das Fleißigsein immer. Das ist falsch. Sie ist nämlich hier unsere Fleißige. Sie arbeitet fleißig. Sie bringt das Geld mit nach Hause, ne? Und, ja, das ist wichtig, dass sie das Geld mit nach Hause bringt. Das ist sehr wichtig. So. Trauriges Vlog können wir nicht. Feinschmecker kochen. Spielzeugreview. Das könnten wir machen. Haben wir noch genug Zeit? Vier Minuten. Ja, ich denke, man könnte noch ein Spielzeugreview anfangen. Aber dann kann sie lieber weiter Jingles schreiben, oder? Das find ich cooler dann tatsächlich, wenn sie Jingles schreibt. Ja, wir können die Zeit ja einfach ein bisschen laufen lassen, ne? Welches Level hat sie beim Klavier? Mein Plan ist, dass sie ein Multitalent wird, was, ähm, dieses ganze Musikzeug angeht. Also, sie soll hier Gitarre können. Was haben wir noch? Eine Geige haben wir und ein Klavier. Das soll sie alles beherrschen. Viele Firmen hat der Jingle angesprochen. Es gab Geld. Es gab Geld. Ja, es gab Geld. Wie cool. Wir können durch die Jingles Geld machen. Ey, cool. Dann schreibt nochmal ein. Ich will mal kurz sehen, wie viel Geld das ist. Aber vielleicht spricht es diesmal keine Firmen an, ne? Das kann ja auch passieren, vielleicht. Kann ja sein, dass die Jingle... Dass die Jingles blöd sind. Keine Firma wollte diesen Jingle kaufen. Viel Glück beim nächsten Versuch. Ja, dann schreibt doch nochmal ein. Gut, die klingen nicht alle immer gut, ne? Also, ich kenne das auch selber. Ich mache auch Radio und so. Also, habe ich schon mal ein bisschen mehr geplant. Wie heißt der? Ach, Alika. Möchte vorbeikommen. Nee, jetzt nicht. Wir wollen noch ein Jingle schreiben. Ah, in circa einer Stunde. Okay, dann... Ich glaube, ein Jingle kann sie in einer Stunde oder weniger nicht schreiben, oder? Level 4? Ach, cool. Schon Level 4 beim Klavier. 200, okay. Eine bedeutende Firma hat Jingle von... Ein solider Preis für eine solide Arbeit. 200, okay. Das kann man machen. Gut, dann gehen wir zur Arbeit. Zack, zack. Ich bin immer noch am tendieren, unsere Tiere zu verkaufen. Ja, immer noch. Ich mag unsere Tiere nicht mehr so sonderlich. Nein, ich habe nichts gegen Tiere. Ganz kurz, um das klarzustellen. Aber sie mag doch ihre Arbeit, ne? Eigentlich ja wohl. Wenn ich da fleißig arbeiten aus will, ist das doch angebracht eigentlich. Okay, er ist verspielt. Lulu hat Hunger. Ja, gut. Haben die nichts mehr im Automaten? Doch. Ich mag dieses Haus auch nicht mehr so gern. Ich denke, wir werden bald umziehen. Nee, ich werde das Haus gleich einfach umbauen. Teammaskottchen. Och, wie schön. Och, wie schön. Och, wie schön. Och, das ist ja toll. Ach, das freut mich. Dann machen wir endlich ein bisschen. Stimmt, der Baum kann wieder ins Inventar, würde ich sagen. Inventar bietet sich immer an. Wird das gehen? Ja. Ja, ich möchte das umbauen. Das könnte problematisch werden. Okay, ja gut. Wir haben noch eine Haustür. Das ist das Wichtigste. So. Oh, jetzt ist der eine zu hoch. Jetzt passt es. Und wir haben auch keine Haustür mehr. Okay, dann kaufen wir kurz eine neue Haustür. Nee, die passt spontan nicht. Passt da überhaupt eine? Warum kann das denn keine Wände überschneiden? Das überschneidet keine Wände. Ach, ist das Ding einen noch zu tief? Muss der einen höher? Ist es das? Gut, wir bekommen jetzt einfach die erstbeste Tür, okay? Egal. Hauptsache, wir können hier erstmal wieder rein. Die könnten wir auch wieder verkaufen. Haben wir wieder 8000 bekommen. Stimmt. Ja, wir können allgemein mal verkaufen, was wir nicht brauchen. Der Baum kann weg. Ne, ich glaube, das ist ganz angebracht. So ein paar Sachen, die wir gar nicht brauchen. Das Zeug kann weg. Ja gut, ich weiß, es ist jetzt auch nicht so schön, dass wir alles verkaufen. Aber ganz ehrlich, wir haben hier viel Krimskrams, was wir gar nicht mehr benutzen. Hier, die Geschenke können auch verkauft werden. Das ist alles Geld, ne? Okay, den Rest brauchen wir. Tanzfläche brauchen wir auch nicht unbedingt, ne? Haben wir eigentlich neue Karriere-Sachen bekommen? Ich hoffe doch. Sieht schlecht aus, oder? Ja, wir haben tatsächlich gar keine neuen Karriere-Sachen bekommen. Egal. Hauptsache, das hier ist... Ja, für die Tiere praktisch. Ich habe irgendwie immer so das Gefühl, als wenn es den Tieren hier nicht gut geht. Wegen diesen Erhöhungen. Dass das nichts ist. Kann das sein, dass diese Erhöhungen für die Tiere nichts sind? Kann ich bei eurer Gruppe die WG mitmachen? Ja, meinetwegen. Das ist ein Promi. Gut. Ne? Wisst ihr hier? Unsere Gruppe, die WG haben wir erstellt. Ich weiß, eigentlich gehören da nur die WG-Leute rein. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Hat Hunger. Dann ruf doch mal, Tier zum Fressen rufen, Lulu. Wenn Lulu Hunger hat... Dann ist Lulu doch bestimmt gesättigt. Und die anderen? Die Katze? Was ist los? Oh, zur Tierklinik. Okay, dann fahren wir gleich mal hin. Und was kommt dabei raus? Ist krank. Sollte vielleicht zum Tierarzt. Okay, und ihm geht's gut. Gut, das ist mir nämlich am wichtigsten, dass es unseren Tieren gut geht. Und das ist irgendwie nicht so gegeben. Ich weiß nicht. Irgendwie sind Tiere nichts für die WG. Komm, zur Tierklinik. Mach. Los. Genau, so. Stimmt, wir könnten mal eine Tierklinik bauen. Vielleicht könnten wir auch die selber betreiben von der WG. Ich habe nämlich schon ein paar Pläne für die WG, wie unsere WG weitergehen soll. Und zwar möchte ich, dass alle drei eine Familie selber gründen und diese WG sich trennt. Und dann in drei Familien. Und dass wir dann ab und zu mal in der Familie spielen. Dann mal in der und mal in der. Und die kriegen auch wieder Kinder und so weiter, ne? Dass wir drei Familien bauen. Klar, sind ja eh drei Familien. Aber versteht ihr, dass wir nicht immer... Dass es nicht immer die drei bleiben, die dann möglicherweise noch jeweils den Partner noch dabei haben. Sondern dass wirklich eigene Familien werden. Und vielleicht bleiben zwei erstmal noch zusammen und dann... Ja, keine Ahnung. Je nachdem. So, ja. Beim Tierarzt war ich auch noch nicht so oft. Denn so viel habe ich den Tieren noch nie gespielt. Deswegen ist das gar nicht so schlecht, dass wir hier mal ein bisschen öfter diese Tiere haben. Und auch länger. Also die möchte ich auf jeden Fall behalten. Oh ja. Hat einen Urlaubstag verdient. Ja, das ist ja schön, dass wir jetzt einen Urlaubstag bekommen. Gut, dann kann sie auch von zu Hause aus arbeiten. Fähigkeiten aufbauen. Schreiben. Ah ja, cool. Dann geh doch mal hier hin. Geh mal hier hin. Zack, zack. Hoffentlich klappt das jetzt. Und wir finden heraus, was unser Tier hat. Ja, die teure Behandlung, ne? Zack. Und rein. Das sieht so komisch aus, oder? Ja. Können wir uns bedanken irgendwie in irgendeiner Art? Nö. Gut, dann geht's wieder nach Hause, ne? Zack. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ihr mögt das meiste nicht, wenn man das so schnell macht. Aber ich bin so einer. Ich mag das gerne auf ein bisschen schnellerer Geschwindigkeit manchmal. Manchmal muss man das auch machen, um Fähigkeiten besser zu leveln. Das ist dann blöd. Ich möchte manchmal die Tage auch ein bisschen schneller rumkriegen, ne? So, morgen ist auch der letzte Wintertag. Das ist ja schon bald. Wie geht's dir? Ach ja, wir haben gecheatet. So, du könntest mal Abendessen kochen, würde ich sagen. Was könnten wir zum Abend machen? Mach das mal. Und du, wie geht's dir? Was machst du? Du könntest mal einigermaßen wichtige Berichte schreiben. Das ist ja schließlich hier deine Aufgabe. Im Internet zu helfen. Nee. Komm. Schreib mal deine Berichte. Morgen wirst du hoffentlich auch befördert. Du wirst möglicherweise auch befördert. Ist noch Zeit. Oh, nee. Du kommst nach Hause. Hast tolle Arbeit geleistet und wirst hoffentlich noch fit. Nee, du bist angespannt. Ich dachte, dir macht die Arbeit Spaß. Gut, Essen gibt's gleich. Blase. Kannst du jetzt schon mal hier Toilette benutzen? Nee. Sag mal, warum machen die das eigentlich? Ich glaube, wir müssen die PCs verkaufen. Gut, die haben auch drei PCs. Ja, gut, das ist halt kein richtiger, ne? Er hat hier halt noch sein Fitnessding zusätzlich. So, genau. Mach das mal. Und du kannst warten. Gleich gibt's Essen. Ich würde sagen, er kann einfach zu Essen rufen, ne? Das bietet sich an. So, zack. Genau. Einfach hinstellen. Wenn man nämlich zum Essen ruft, kleiner Tipp, dann kommen die Sims alle. Alle im Haushalt und auch Gäste kommen. Außer, es klappt nicht. Oh, Toilette ist kaputt. Na gut. Nimm dir auch mal ein Gericht. Achso, nein, nein, nein. Nicht mehr rufen. Und du, was machst du? Du bist fertig damit. Dann komm du auch mal zum Essen. Ja. Und danach, das nächste, was passiert, ist schlafen, ne? Ganz klar. Ich ersetze mal kurz die Toilette. Zack. Was hat er? Wütend. Erzührende Erinnerung wegen Verbitterung gegenüber jemand anderem in der Nähe. Es gibt verschiedene Gründe, dass eine Wanderung schieflaufen kann. Aber momentan trägt dieser Sim die alleinige Schuld. Ach, das ist doch blöd. Sind die jetzt alle immer noch genervt davon? Achso, wegen dem Kredit noch. Ja, gut. Ach, komm. Irgendwie mag ich die Lebensstile nicht. Kann man Lebensstile ausschalten? Ja, kann man das? Ist das mit den Packs gekommen? Ne, ich glaub nicht. Ich glaub, das kann man nicht ausmachen, ne? Ich möchte gern die Lebensstile. Doch. Lebensstile spiegeln. Machen wir das? Ja, ich weiß. Das können wir nochmal anmachen. Aber irgendwie sind die immer so genervt deswegen, ja? Irgendwie mag ich die nicht. Das Lebensstil-System gefällt mir nicht. Ich hab da Bock drauf. Wenn die Lebenssysteme doch funktionieren würden, so wie ich möchte, ne? Hier das mit dem Wandern. Das ist ein Lebensstil, glaub ich. Zumindest kenn ich das, dass die mal traurig sind wegen welchen in der Nähe oder so. Das sind, glaub ich, alles die Lebensstile. Ja gut, jetzt sind halt die ganzen Lebensstile vernichtet, ne? Aber gut, das ist mir auch egal. Stimmt, hier kann man hier mal gucken. Statistiken. Ja, cool. Komm, setz dich auch mal hin. Dafür habt ihr das doch. So, sie ist fertig. Was muss sie noch machen? Sie kann nochmal Instrument spielen. Das kann sie. Ja, dann... Sie ist glücklich. Ich glaub, es bringt ihr auch Spaß, oder? Dann macht das mal. Und er... Er kann auch mal aufhören. Er kann Blase. Und dann... Ja, er muss trainieren. Dann kann er nochmal wütender Lauf. Und sie, wenn sie fertig ist, sie kann direkt schlafen gehen. Lassen wir sie schlafen? Ja, eigentlich wohl... Oh Gott, sie hat ja sogar das Luxus-Bett. Na, dann darf sie eigentlich noch nicht schlafen. Man muss sie hin um 9 Uhr. Ja, doch. Lassen wir sie mal schlafen. Warum hat er aufgehört jetzt? Wo ist er? Hey, warum ist er hier? Okay, eigentlich war er hier. Dann cheate ich ihn mal kurz hierher. Dann kann er nämlich mal wütenden Lauf machen kurz. Level 4 der Fitnessfähigkeit. Schön. Lassen wir die mal ein bisschen machen, ne? Ja, so, genau. Was mit ihm? Er geht duschen. Ja, das ist okay. So, sie hat abgeschlossen. Dann legt sie sich jetzt bitte einmal hin. Stimmt, aber ihre Berühmtheit wird doch weiterhin gehen. Ne, das können wir nicht ändern. Er braucht nicht wieder befördert werden. Kann er eh nicht. Also dann schlafen. Zack, zack. Warum hat sie denn Hunger? Da unten ist doch der Automat. Oh nein, jetzt sind sie erwachsen. Jetzt können sie nach oben gehen. Ach so, die wollen hier bei den Härchen schlafen. Feuer, wo brennt es? Wo? Ach, nö, ey. Dann ruf mal die Feuerwehr. Steh mal auf und ruf mal die Feuerwehr. Warum fange ich nicht an? Ey. Ach nö, jetzt kriegen sie es alle mit, oder wie? Das ist die Feuerwehr. Lass die doch jetzt löschen, Mann. Ach ja, jetzt löschen sie. Ah, ich dachte schon, die löschen heute nicht mehr. So, und da? So, und jetzt wird geschlafen. Du bitte auch. Ach, du bist schon wieder genervt. Immer noch wegen dem Wandern. Oh, das ist ja furchtbar. Also, ich dachte, das wären die Lebensstile. Ne, B-Block nicht. Schlaf mal. Okay. Ey, ich möchte diese Dinger, glaube ich, verkaufen, weil die sind nicht so der Hit, ne? Die zünden irgendwie alles an. Und wir müssen wieder Geld ausgeben. Wir brauchen 50.000 Simoleons. So, wenn jetzt der Nächste aufwacht, dann ist auch Aufstehenzeit. Okay, er wacht auf, weil er fit ist. Dann geh doch mal duschen. Sie ist auch fit. Dann kannst du doch mal Essen vorbereiten. Vorbereiten, das klingt schon so komisch, ne? Mach doch mal ein bisschen Grillkäse. So, wie lange nehme ich schon auf? Ah, 24 Minuten. Okay, wir schaffen irgendwie nie was, ne? Findet ihr nicht? Es ist Silvester. Das heißt, es wird nicht gearbeitet, ne? Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da feiern wir Silvester. Das wird spannend. Ja, und dann, genau, sehen wir uns wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Denkt dran, schaut bei den Let's Build rein. Die sind sehr schön. Ich werde aber, falls ihr jetzt nicht so die Fans von, ja, ewige Folgen, nochmal eine Zusammenfassung von dem Haus machen. Deswegen aber erstmal, macht's gut. Bis dann. Tschüss.